Am 1. Juli 2024 ist das Parkhaus in Frankenberg geschichtet. Der Bau wird abgerissen zugunsten eines Neubaus der Technischen Hochschule Mittelhessen THM. Bevor es hier doch soweit ist, hat die Stadt Frankenberg zusammen mit dem Jugendhaus eine Aktion gestartet, das Parkhaus noch einmal so richtig zu verschönern. Ganz offiziell durften Schüler, Jugendliche, aber auch Semiprofis Graffiti an das Parkhaus anbringen. An zwei Tagen verewigten sich Jugendliche an der Wand des Parkhauses leider eine relativ kurzfristige Aktion, denn am 1. Juli ist das Parkhaus Geschichte. Es besteht die Hoffnung, so das Jugendhaus Frankenberg, dass die Stadt Frankenberg eventuell eine Fläche für Graffiti-Künstler, für Street Art zur Verfügung stellt. Großartig, aber auch hier noch ein Pläu ist ein Pferd für Ehemann. Sprayaktion am Parkhaus, schade, dass das ja vor Ort ist, jetzt ein paar Tage noch stehen und dann wird es mal vorhin gelassen. Genau, dafür planen wir jetzt gerade eine Aktivierung, jeder der hier vorbeikommt und was sprayt, lässt auch eine Unterschrift da, damit wir eine Freifläche für Sharkbag erschaffen können, wo es dann quasi legal ist, um hinzugehen und dann zu sprayen. Also auf der Wand, wo sich dann Jüdische Künstler oder auch halbeprofessionelle Künstler mit ihren Hefts, damit die behebigen können. Genau, richtig. Was ist das Ziel? Genau. Aber es ist doch eine schöne Aktion von der Stadt, was du dir gesagt hast. Auf jeden Fall. Mach dir die Pfoten wieder. Ja, also ich finde die Aktion auch super toll und ich kann das auch nur unterstützen. Thanks für nur zwei fünf Tr interestingly. れiste. alles auf! Ich denke ich habe zu viel chancellene Wohlabern. Ich habe es anderen Dreuries auf mir tun gehabt. Eight millisiere Geräte. Junt die Pfoten. die Pfoten wieder. Und das passt nur, die Pfoten sind. So, das ist hier leider wünsch woh octopus und es gut gestimmt. Ah, hallo Sie. Grüß dich. Ja, das ist Industrie, Kunst. Ja, seit... Früher einfach mal als Schmierer und wer weiß, was verbrannt worden ist. Nein, als Schmierer. Eine anerkannte Kunstform. Früher war es Schmiererei für die anderen Leute, heute ist es eine anerkannte Form. Sehr große, sehr groß. Die Städte und Gemeinden, die für diese Form, also Kunstform, der Flächen zur Verfügung stellen. In Hessen zum Beispiel, der Schlagdürfe Wiesbaden. Genau, wo ich sehr oft... Dieses Jahr konnte ich nicht, weil ich im Krankenhaus war. Man muss dazu sagen, wo das professionellere Strip hat. An der Wand nicht so gut, aber auf Blatt Papier. Und, äh... Hilfst hier dem Jugendkreis im Krankenhaus den Kindern die Grundlagen... Die Grundlagen... Die Grundlagen... Die Grundlagen... ...und die Sprays zu erklären. Genau. Damit es wirklich wie Kunst aussieht und wie... Genau. Nicht wie Geschmierer. Geschmierer und einfach mal ein Späler zu halten. Was Sie im Vorwort gesagt haben. Ja. Ähm... Die Strip-Arts sind ja auch so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das stimmt. Man hat ja schon gesagt, das wird nicht einfach an die Wand gegangen und durchgespielt. Genau. Man macht Skizzen. Man macht Skizzen. Man hat ähm... Man hat ähm... Man hat vorher eine Idee, sprich fachlich eine Vision. Aber die Vision geht nicht immer, ähm... So wie es auf Blatt Papier rüber. Man muss mit Fehlern mitkommen. Also mit Fehlern arbeiten. Die Kunst ist, sie haben... Man macht auch einen DIN A5-Blatt oder DIN A4-Blatt. Oder noch größer. Oder eine Leinwand. Als Vorzeit. Und dann geht man mit dem DIN A5-Blatt an die Wand. Und dann muss man den Maßstab ja beinhalten. Genau. Den muss... Im Kredi groß zu fallen. Genau. Den muss man sich im Kopf vorstellen. Die Maße. Die Maße. Und dann übertragen aus die Wand. Ja, bitte. Ist es so, dass man... An bestimmten... Zeignen... Papier dritt. Auf dem Künstler-Arkei. Dass sie wiedererkennbar sind. Genau. So wie... Ähm... Jimi Hendrix hat... Es ist... Unverkennbarer Gitarrenzaun. So wie Led Zeppelin, Pink Floyd... Die Purple... Ist genauso wie beim Malen wie... Mit seiner eigenen Unterscheidung. Oder wie mit dem Fingerabdruck. Ist unverkennbar. P907. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020